So, wir spielen eine kleine Runde. Ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt vorhin, deswegen mache ich das jetzt nochmal. Mit Zitronius, Bänder, Untertrage und Custom Server, nur wie vier. Ich sehe keine Fallschirme bisher. Schauen wir mal, was passiert. Ich sehe schon mal einen Gegner. Ich sehe schon mal einen Gegner. Hä? Map ist riesig. Let's go. Oh nein, wir spielen nicht FPP. Okay, ich sehe einen Fallschirm. Was ist das? Die anderen zwei sagen jetzt gar nichts mehr. Die haben jetzt Angst. Ich bin schon wieder ganz allein. Ich will dir auch ein bisschen Angst wünschen, aber kann ich nicht. Weil ich selber keine Angst habe. Das ist gar nicht. Das ist ein Übel. Oh mein Gott. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Oh Ress, wie nett, dich zu sehen. Ich glaube dir kein Wort. Ich glaube dir kein Wort. Ress, guck mal nach hinten. Ja, da ist niemand. Ziemlich sicher, dass da niemand ist. Ziemlich sicher. Äh? Wenn du meinst. Das ist, das ist Zitronius. Das ist Zitronius, der da hinter dir steht. Äh, vor dir. Ich bin gerade allein, Remo. Wir kommen zu dir. Keine Sorge. Ich trete es diese zwei Rottensilme neben dir. Ja, zwei Zonen. Ach, habt ihr die Zonen irgendwie schnell gemacht? Nö. Ganz normal. Alles klar, okay. Oder wolltest du schnellere Zonen? Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich will eine andere Waffe. Nein. Nein. Ey, ich hab so schön Loot. Es wird ein bisschen ehrenlos. Oh Gott, ey. Was? Ich hab so, sagen wir mal, zwei Panzerfaust. Ja, aber die, ja. Also wenn du mit zwei Panzerfaust spielst, dann... Dann sag schon mal, liebe Nacht. Ich weiß. Ich hab Angst. Ja. Keine Panik auf die Panik. Okay, aber Panzerfaust ist eigentlich ganz okay. Ja, aber nur wenn der andere nah dran ist. Ich hab keine Sache, die... Okay. Aber so, wenn du mit einem Stein bist, dann ist es schon ein bisschen mies. Hoffen zu werden. Ui. Ui. Gut, Rob. Danke. Wie konzentrierte Stille. Ja. Was ist denn da los? angst habe ich keine ich suche verzweifelt nach meiner geheimen zutat das geheime zutat für das chicken dinner suche ich gerade ja das stimmt das ist ziemlich gut ist das ist eine gute zutat das ist eigentlich meine erfolgszutat ich suche einen anderen zutat ich glaube ich muss ein scout mode anmachen der ist alles gut wenn das sagt immer alles durch ich mache in-game-chat an dann hörst du dann hörst du zweimal und dann weißt du dass er in der nähe ist also das ist das ist fatal ja ja das ist fatal weil die hören nicht dann auch wenn du irgendwo also keine ahnung wenn du redest und hockst irgendwo camps das sehe ich anders das ist einfach nur gefährlich finde ich ich sehe hier was hier passiert das gefällt mir gar nicht ich bin jetzt ja ich habe jetzt den fichten moped führerschein gemacht ja oh shit Untertitelung des ZDF, 2020 Flugzeug It's not that I'm scared Ich habe keine Angst, nur ein bisschen Ich habe gerade ein Buggy gehört Okay, hier ist einer Oh, wie ich Angst habe Ganz ehrlich, wenn du gegen normale Typen spielst Also Leute, die du nicht kennst, dann ist es eigentlich egal Aber wie ich Angst habe, wenn ich In so einem Saverhock, das ist echt gruselig Ja, ja Und vor allem ist es halt auch fatal, weil du weißt, die anderen spielen potenziell Eigentlich auch nicht schlecht, ne Ich bin gerade fast mit dem Schall getroffen Sollte Dann Oh, was ich bisher Zonenglück hatte, ist unglaublich. Ich auch. Dreimal in der Zone. Das ist echt wirklich ein Fest. Oh, Zitronis, ich muss dich leise machen. Und ich kriege einen Herzinfarkt jedes Mal, wenn du was sagst. Das soll ich jetzt... Oh mein Gott, ey. Schade Marmelade. Ich hätte gerade fast ein MG-Magazin vor Angst verschossen. Ganzes. Ja, schade. Was hast du denn von der MG? In 249? MG3 natürlich. Nur das Beste vom Besten. MG3? Ja. Weiß ich, bin mit Fluss, Fluss nicht. Kommt eigentlich aus Fluss, Fluss wieder raus. Mit V. V. Ah, danke. Mit V, ja. Hättet ihr mal eigentlich verraten sollen? Wollten wir mal gucken, wie kompetent ihr seid. Und hilfsbereit. Das wäre ja voll vorteil. Und hilfsbereit. Wenn die Besten Person wäre. Männer, ich bin ein grundehrlicher Mensch. Ja, okay. Ja, okay, du kennst mich noch nicht. Oh, da wären wir gar nicht so sicher. Ja, das stimmt. Ja, er hat schon. Ja, Videos. Ach, stimmt. Du guckst ja den Rest. Den an. Bist du derselben Meinung, damit das eine Qual ist? Nein. Kommst du jetzt auf sowas? Okay, das ist meine Meinung. Rest tut mir leid, aber wir sind beide gegen dich. Ja, ja, das ist okay, das ist okay. Oh mein Gott. Wo ich halt immer noch ein bisschen Probleme habe, das ist mit dem Reden und Spielen. Das ist schwierig, ja, das stimmt. Ich bin ja noch überhaupt nicht gewöhnt, ja. Das stimmt, das ist nicht so einfach. Nichts gewöhnt. Weil ich jetzt die ganze Zeit durchreden, äh, zu sagen muss, was er machen soll. Ja, ja, genau. Ablenke, oder? Mal lynch ihn den Rest die ganze Zeit ablenken. Ja, ablenke. Die Drohne sagt gar nichts, der wird den hier das Chicken dann erholen, glaube ich. Das ist nämlich die schlaue Strategie, ehrlich gesagt. Ja, ich hab einmal mit meiner Schwester geteilt, gegen Rest und so. Das war so lustig. Ja, aber im Moment, habt ihr da gewonnen? Wie war denn das? Ja, ich hab dann gewonnen. Stimmt, stimmt, ich erinnere mich, ja. Das war der Herr, das ist so gut, wenn ich die ganze Zeit plattgemacht hatte. Immer als erstes einmal mit einer Granate. Da hab ich ihn mit, da hat er ja den Panzer. Da hab ich den Panzer aufgereiht, aber er war weg. Ja, mir ist gar kein Tragen, ein rosa-roter Panzer entgegengekommen. Ja, gibt's jetzt... Ja, ja, gibt's einen neuen Skin. Ja, da kommt noch Don. Da kommt noch Don. Oder Rest. Einer von den beiden. Hat als Lieblingsfarbe Pink. Oder Pink war's, ja. Pink. Und wie ist es so? Ein Traum. Alles gut. Die Landschaft ist schön, das Wetter ist gut. Ja. Ich bin immer noch allein. Also irgendwann, ihr müsstest mal aufhören mit allein sein. Das kann gar nicht sein, das ist die ganze Zeit allein. Das schlimmste war, wenn ich jetzt so von einer SR-Pratten machte werde. Boah, wie gruselig das ist, man. Boom. Echt heftig, ja. Das ist ultra creepy, finde ich. Ich hab extra schon so eine Rattenmaske auf. Womit ich besser ratten kann. Weißt du, Ratte. Ich werd mir jetzt noch so eine Rattenmütze kaufen und die werd ich immer aufsetzen, wenn ich tolle. Könnt ihr auch einen Dreierhelm geben. Dass seine Freundin mit dem Stoppsauger kommt. Ja, ja, ja. So vor ist sicher. Ja. 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 Ich hab's gehört. Bender war kurz leise, weißt du. Der hat bestimmt voll den guten Loot, aber ich komm nicht mehr hin. Schade Marmelade. Ey, ich bin bisher noch in keiner Zone gewesen. Es ist zum Feiern. Warum ist Bender so ruhig? Das gibt's doch gar nicht. Ist das Mikrofon ausgefallen, oder was? Der ist gerade beschäftigt. Der ist gerade beschäftigt. Benders Mikrofon ist ausgefallen. Boah, Bender. Oh, nee, ey, schade Marmelade. Oh, nee, das gefällt mir nicht. Der ist sogar einfach so wie der letzte Dreck. Ich dachte mir nur so, was hat der denn? Ja, okay, mit nem Viererscope und nem QWZ kann ich schnell nix haben. Und fangen gegen ne Barrel. Naja gut, es kommt drauf an, ne, auf welche Distanz. Nahkampf. Das war jetzt Nahkampf. Echt, war der nebeneinander gestanden, oder was? Ja, ja, ich hab ihn. Da stand hinter so nem Hügel. Ich hab ihn im Statt gemacht. Ja, du bist dann oben gekommen, gell, ja. Aber Res weiß ungefähr, wo du bist. So ungefähr weiß ich's, ja. So, Scout-Mode und Comp-Mode on und dann... Schau'n wir mal. Ob wir die Blechbüchse jetzt da noch klein kriegen hier. Ja, wenn ich die viel Spaß. Ja. Ach, was! Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.